Nein! Alex! Es ist einer hinten! Bleib, bleib, bleib! Bleib, bleib, bleib! Das ist einer Niklas da! Komm raus, hinter ihm! Hey, hey! Fußballspielgeber! Geh in die Mitte! Geh in die Mitte! Was sagst du? Ja! Niklas, ich geh in die Mitte rein da jetzt, komm! Komm, 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 komm! Bitte! Geh noch, geh noch! Ja, das ist zu langsam. Raus! Niklas, zurück, hinter dir! Hey! Schaut mal hinter euch! Drauf, genau, super! Super, Niklas! Niklas, das ist eben, das meine ich damit! Und nachgehen! Genau, rein damit! Sehr schön! Hey! Niklas, hey! Was ist das? Beweb drauf! Geh in die Mitte! Geh in die Mitte! Geh in die Mitte! Nicht in die Mitte! Geh in die Mitte! Graf, graf, graf! Geh in die Mitte! Geh in die Mitte! Nicht schwarmen da herunter! Nein, was ist denn das? Ja, komm, den Hosten, den Hosten! Geh in die Mitte! Komm, Philipp, komm, Philipp, komm! Komm, Philipp, komm! Lukas! Nein! Nein! Hey, Lukas! Geh in die Mitte! Das war gefährlich! Na, was ist denn da? Ne, was ist denn das? Verstehung immer rein! Mal, nie, geh in die Mitte! Geh in die Mitte! Ja, komm, komm! Nicht in die Mitte! Komm, 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 komm! Ja, komm! Der kann nicht schneller sein wie ... Ich, klar! Ja, weiß so, na, wie ist aber schneller mit Ball sogar ... Geht! Ne, man, nicht mehr! Komm, komm! 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 Philipp! Hallo! Nummer 1! Die Menschen, die Menschen, die Menschen! Janikow, Janikow, Janikow! Janikow, 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 Janikow! Janikow, 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 Janikow Geh hin dann! Gescheit annehmen! Ich glaube, du gehst da raus! Gib ihm raus! Nein! Geh hin! Geh hin! Geh hin! War gestört, aber war nicht so gut! Und drauf! Nein! Nein! Geh hin! 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 Geh bitte! Das ist genau das Problem! Geh hin! Geh hin! Geh hin! Geh hin! Geh hin! Jetzt mach ein bisschen Raum! Geh hin! Geh hin! Geh hin! Aber gut! Aber schlecht! Super Einsatz! Ja! Gut gemeint! Zurück! Geh hin! Ich bin nicht gerade auf... Ja! 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 Wir haben gerade da! Man kann auch Gateway sowas im Moment machen. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, annehmen! Ball, ball! Ball, Heili! Bye효, Heili! Das war's für heute. Jetzt! Hochschön! Schöpfen auf den Ball! Nichts hinterher, nicht vorher! Zurück, zurück! Zurück! Ja, der spielt vielfach! Das ist ja Wahnsinn! Und der Runde schnell auf! Jesus! Das ist doch nicht der eigener Spüler, bitte! Rot ist der Vorab! Sando, du bleibst aber auch hinter dem Tümer stehen in einer Linie! Mach das Tag und zeig auch frei! Geh, geh! Und jetzt schau, Sando! Bitte! Mitte! Der kann ihn nicht annehmen! Der kann ihn nicht annehmen! Und Schuss! Bei Ingsten Ohr! Schäme! 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 Der geschegeh ist direkt! Rück! Ich sag zu offen, Team! Ruhig! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Zu weit vorgelegt! Zu weit vorgelegt! Wir wechseln! Niklas und Philipp! Schneller, komm! Geht was trinken, schnell! Philipp, trinken gehen! Nein, Niklas, dass er nicht trinken wascht! Passt ja nun weiter! Ach, Niklas! Niklas! Du spielst ja die Pasche! Das gibt's in dem Spiel nicht! Daniel! 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 Ab da! Geh, 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 geh! Alles! Na wo hin? Na wo hin? Da ist kein Rucker! Das ist fad! So ist das fad! Immer Geschenke machen, das ist irgendwie... Na Damian ist entgegen gekommen! Geh, geh, geh! Auf hier! Das gibt's doch nicht hier! Kommen! Geht's schon, drauf drauf drauf, Niklas! Geht's schon, Niklas! Geht's schon, Niklas! So! Geht's schon! Ja, sehr schön! Das hätt' man schon lange vorher abweifen müssen! Das dort gilt aber nicht, oder? Ja, das ist alles frei! Geht's schon! Komm! 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 Wieso spielen wir nicht von der Mittlauflage? Komm! 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 Niko! Dann wehr dich auch ein bisschen! Ich hab's schon einmal gesagt, Klosz euch nicht immer ablösen! Ihr spielt's brav und die anderen hocken hin! Dann macht's das auch! Komm! 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 Schneller! Dantschi, tsch치를! RKevin! Dantje, tacht! Jetzt f íd! Hum! Niko! Arbeite auf mit keinen Antrag! Hör dich nicht wegdrängen! Ja genau! Genau Tonico! Raub, raub, komm du rüber! Ist schon los? Ja, ist schon los. 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 Ruhig, ruhig, ruhig! Alex! Darum spülen wir es nicht. Nico, du stehst jetzt hinterher! Das ist jetzt immer noch knapp. Geh mit Ball, geh mit Ball! Geh, geh! Spiel einmal! Und! Und! Super, Nico! Geht schon! Beschleunigung! Geh mit Ball! 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 Ja, genau. Und eine, genau. Das war mal gescheit. Ein bisschen zielgenauer, dann war es richtig gut gewesen. Komm, 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 komm! Komm, komm! Komm, Maris! Reiter, weiter! Super, Maris! Ja, genau. Bravo, Luque! Tief! Massi, Massi, hängt sie nicht! Warte, wir inen! Mitgehen, mitgehen! Alessandro, schau nicht am Trainer! Was soll ich denn? So ein Arschloch, bitte, das gibt's ja nicht. Heu mal nicht runter, bitte! Das gibt's ja nicht. Heu, heu, heu! Heu, treh mehr! Heu, treh mehr! Heu, treh mir, treh! Heu, treh mir, treh mir! Heu, treh mir, treh mir! Aber, so, ja, aber das darf ich wenigstens auch noch so langsam, denn das braucht sich als Sonnastrain, oder? Danke schön. Ja, nein, du faul entschuldige und so faul ist dann ein bissl. Ja, unsicher ist es. Passt denn, oder? Geh, Kiebel! Geh, Kiebel! Nikas, gib dir die Schienbeindecken rein. Nikas, gib dir die Schienbeindecken rein. Nein, keine N effective... Nein, keinevia... G Servus r申ate, Sando... Wasser fangieren! Schlier wird abhe Belgisch zu yah, die Schandeln es ross. Was die fallen? Das ist ein Wahnsinn. Meter retour, Positionen! Sechtern. Weil die Leide schön genau bei ihm auf Sehnen aufpassen. Das ist auch der Zwiffer von der Neske. Der Ochte ist auch mühsamer. Das so langsam, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Ab jetzt benutzen wir auch die Hände. Aus! Und wir sind ruhig! Dann benutzt auch die Hände und aus! Schau, schau, da, Tatschi, geh! Das ist ja wieder braun. Das willst du nicht sehen, gell? So, jetzt benutzt auch eure Hände, Jungs! Das ist ja nicht normal. Das ist ja nicht normal. Ich weiß es nicht. Tief die erste Halbzeitung holen und jetzt trauen wir halt weg. Lass mich weg! Lass mich weg! Erwin ist weg! Spiele! Spiele! Das macht ihr? Er schickt einfach Spiele bei mich drauf. Hörst bitte, das gibt's ja nicht! Was, was? Das muss man jetzt mehr erklären. Das muss man echt mehr erklären. Das kann ich nicht verstehen. Bist du den Boden fest? Wo? Ja, das ist so einfach. Wie lange haben wir noch? Scheiße! Warum spielt er den Ball abwert? Zu denen, warum nicht den Tormann? Ja, wer gesagt soll, Tormann sogar zurück spielen. 18 haben wir schon. Willkommen! Raga, wie versteht's für euch? Sitz! Langsam, langsam! Langsam! Schauen, ja! Niklas! Niklas, sieh nicht hier! Niklas, sieh nicht hier! Niklas! 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 Okay! Ah, jetzt, jetzt! Na, noch mehr! Geht die Rennachat nach vorne! Guck, ne? Guck, ne? Wunderzeit von den SPF! Hey! Ihr Rennen uns am Ball, du! Wunderzeit von den Sprechen fröhren! Wunderzeit von den Sprechen! Wunderzeit von den Sprechenfiern. In 9. Mai! Wir sind immer am Ball, du! Was ist immer am Ball? Wir sind am Ball, du! Nicht zu haben, mit einem Ball! Wir sind nicht zu sein! Wir sind alles falsch, was du mal! Luka, schnell! Anschau ich! Warte ich! Luka, schnell! Komm, komm, komm! Das gibt's ja nicht! Da wo sie es mit euch jetzt sind? Ja, super. Jetzt super! Ja, super! Und jetzt Konter! Sehr schön! Ja, toll! Wirklich super gemacht! Das war super Konter! Ja, super! Komm! Rüber! Rüber! Damian! Damian Zentral! Aber das war ein super Konter, oder? War das schön? Wir machen hier irgendwo. Naja, gut. Was soll denn sonst nicht passieren? Komm mal hinten, Jungs! Geht schon! Und drauf! Und rüberhupfen! Das gibt's ja nicht! Was sind das für Zweikämpfe? So! Genau! Super! Ich krieg das bitte! Der steigt ja mal am Schuch, dass der Schuch verliebt wird! Am Schuch! Ah, der Trainer sagt das selber! Das ist ein Witz! Die Kinder können einmal sofort austauschen! Wenn der Schuch am Rasenpicken bleibt, ist es eine Frechheit! Für was gibt's denn blaue Karten? Das frage ich mich wirklich! Das frage ich mich! Woher ist hier so? Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr schön, und jetzt Vollgas, sehr schön, gut überlegt, ja, super gemacht, so gefällt mir das. Jetzt hört es nicht, dass ihr euch nicht verletzt, weil die spielen ziemlich faul. Ja, macht nix, macht nix, hey, gehen wir Positionen wieder. Wir haben hier nicht zu weit. Ihr versteckt euch nicht, ihr versteckt uns. Hälfte ihm! Hälfte ihm! Zwei Minuten. Niko, nicht nützt. Geht's? Die Hüfte herum. Auf geht's! Ja, Film, geht durch! Ah! Ah! Das können wir nachher kühlen. Ja, gut, kommt! Ich glaub das war Umsicht, das Völker war. Hinten, 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 Hinten! Recht drauf! Da ist noch da! Gib gut! Flasche nicht vergessen! Flasche nicht vergessen! Sando, Sando, Sando! Probier runtergehen, rausgehen, komm! Runtergehen, rausgehen! Ja und jetzt geh! Jetzt geh! Gut! Stopp! Ja! Uuuuh! Philipp! Mach doch mal einen Racken, Stopp! Hach! Hach! Mach schon, mach schon, mach schon! Mach schon, mach schon! Ah, Niki! Niklas! Hach! Hach! 30 Sekunden! Fünf Minuten noch, danke! Fünf Minuten noch, Jungs! Aushalten! Niklas, mitgehen! Ah, Niki, wohin? Da sind wir, wo sind unsere Gegenspieler! Geh! Wie geht das? Wo ist die Verteidigung, bitte? Sehr gut! Super gemacht! Super gestört! War faul! War faul, war faul, Schiri! War faul! War faul! War faul! War faul! Wenn ich ehrlich bin! Wenn ich ehrlich bin! Sind die ehrlich? Ja, es war wurscht, ob die ehrlich sind! Wir sind ehrlich! Aus! Fall ist faul! Aus! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Irmin! Ich bin schon zum Ball! Niklas! Niklas, zurück! Irmin! Irmin! Waltet! Jetzt noch nicht! Waltet! Na jetzt noch nicht! Waltet! Zugang! Das ist Okay! Inno so! Inno so! Luki! Ich bin frei! Schau! Schau, dass ich nach vorne arbeite! Ich wollte nicht, weil wenn ich wegschloss meine ganze Zeit! Dann soll ich auch arbeiten! Deswegen hat denn der Walde jetzt wegschloss! Niklas! Geht's bei einem von Euch? Kann einer von Euch zus spielen? Ja oder nein? Ah? Sandra, du... Hey, hinten! Walde! Walde! Geh rein in die Mitte! Da! Make it water! Passt ja so. Genau, ja. Mit Lukas in Verbund machtest du die Mitte. Ja, warte Philipp, nur du, nur du. Dort geht er hier. Ja und jetzt bleib Philipp, bleib Philipp, bleib! Zurück! Bleib da, bleib da mal nicht. Hey, näher zu Hause! Ja Philipp, hopp! Ja, super. Philipp, zurück! Siebzi, hilf ja, nein. Philipp, komm, ich kann nicht mehr wechseln. Ich habe zwei verletzte, komm. Bitte zumachen! Komm, Niki, komm, Niki! Die Vienna sollte einen Kampfsportverein aufmachen mit Fußballer. Da hat das eh nix zu tun. Warte, ist ja noch nicht, aber ich mein, ich lasse mich jetzt hier ein. Nein, nein, nein. Was ist das? Schaut, dass das wirklich so für die Hand drauf... Dümmer, Mitte zu, ja. Niklas, Niklas, geht da hinten wieder mit dem Damschef. Ja, Niklas, komm, 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 zurück! Dümmer, Dümmer, hinter dir! Ja! Ja, Dümmer! Und schau! Wahler, Vorsicht! Schneller! Kommt, Tamschi! Drei Minuten. Drei noch, gell? Ja, Philipp, du weißt ja, was dir schneller tut. Sehr gut! Weiter! Ja, sehr gut, Dankeschön! Zieh ab auf der Linie! Warte, 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 schauen wir uns mal nach dem jetzt! Aufstehen, Klinge! Super! Super! Halt den Ball! Flanke! Sehr schön! Super, super! Ruhig, ruhig, ruhig! Jawohl! Ja! Trotzdem super gekocht! Ja! Halt den Ball! Halt den Ball! Halt den Ball! Dann tänkte ich nichts zurück. Nein! Nicht festmachen! Nicht annehmen lassen! Was für uns ist, sehr groß! Was für uns ist! Für uns! Was ist so unglaublich! Das ist ja jeder! Das ist ja Wahnsinn hier! Luki, raus! Gebiete! Ein Ort für uns nicht geben! Und das sind schon zwei Tore, die eigentlich nicht gelten! Kann mir jeder mal sagen, dass wir das nicht sehen! Nein, sowieso! Lukas! Gut, aber... Mir geht das auf die Nerven, dass wir euch das kritisieren! Ich mag das nicht, aber... Das ist ja so offensichtlich! Seid nicht! Ja, Ablauf! Das ist fertig! Sehr gut, Hermes! Gut, gut, gut! Gut, gut, gut! Gut, gut, gut! Gut, 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 gut! Gut, 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 gut! Die Skirese Uhr geht einfach langsam! Das macht ja nichts! Wir spielen heute 35 Minuten! Das rettet der Mann nicht mehr! Boah! Was ist denn das? Eure Sepp? Das ist unglaublich! So verabschiedet bei trotzdem! He he! Mach mir sicher! Okay, dann mag es nicht! Ist auch gut! Vielen Dank.